Der Bauausschuss der Gemeinde Sylt ist nicht mit den Plänen der Gemeinde List einverstanden, was die Neuplanung des Weststrandes angeht. Das neue Konzept sieht unter anderem vor, den FKK-Strand weiter in den Norden zu verlegen. Außerdem soll die alte Strandkorbhalle abgerissen, und hinter der Weststrandhalle neu errichtet werden. Der Bauausschuss hat nun ein Schreiben an die Gemeinde List verfasst. Darin kritisiert er unter anderem, dass neuer Parkraum entsteht und die Strandkorbhalle zu groß und zu hoch wird. Ob und wie die Gemeinde List auf die Einwände reagiert, wird sich zeigen. Die Sylt Marketing GmbH gewinnt den zweiten Platz beim Online-Marketing-Award der touristischen Fachzeitschrift FVW. Zum ersten Mal prämiert die Zeitschrift in diesem Jahr herausragende Leistungen im Online-Marketing. Neben 30 starken Mitbewerbern schickte die Sylt Marketing ihre Online-Kampagne Tom auf Sylt ins Rennen. Profi-Urlauber Tom blockte in den letzten zwei Jahren online allerlei Wissenswertes und Unterhaltsames über seinen Sylt-Aufenthalt im Sommer. Mittlerweile hat er über 10.000 Fans bei Facebook. Auch in diesem Jahr wird Tom wieder auf Sylt sein und online von seinen Erlebnissen berichten. Der Pausenhof des Schulzentrums wird saniert. Das haben die Mitglieder des Schulverbandes Sylt einstimmig beschlossen. 940.000 Euro wird die Maßnahme insgesamt kosten. Der erste Bauabschnitt mit 200.000 Euro ist beinahe abgeschlossen. In der jüngsten Sitzung ging es um den zweiten Bauabschnitt, der den eigentlichen Pausenhof umfasst. Das Entwässerungssystem wird teilweise erneuert und Stolperfallen im Klinkerpflaster beseitigt. Außerdem sollen weitere Bewegungsmöglichkeiten wie ein Niedrigseilgarten und Kletterfelsen für die Schüler geschaffen werden. Nach den Herbstferien sollen die Arbeiten auf dem Schulhof abgeschlossen sein.